Wurstend unterwegs, heute mit der Frage Energiewende, aber wie machen wir denn das? Wir befragen den Diplom-Ingenieur Jörg Linnig anlässlich unseres Events Klimakochen. Jörg Linnig ist Gründer des renommierten Ingenieurbüros Eukon in Krefeld. Seit über 30 Jahren erstellt sein Team Energiekonzepte zur effizienten Nutzung von Energie und Ressourcen. Er ist Pionier bei Passiv- und Sonnenhäusern und hat eine eigene Planungsphilosophie entwickelt. Eine sinnvolle Energiewende ist ihm ein persönliches Anliegen. Jörg Linnig ist Gründer des Ressourcen und Ressourcen. Mein Name ist Jörg Linnig und bin Überzeugungstäter, wenn es darum geht, Energie einzusparen. Für mich ist es auch wichtig, als Familienvater von fünf Kindern die Erde irgendwann auch mal ein Stückchen zu verlassen, dass ich sagen kann, ich habe die Erde zumindest nicht schlimmer hinterlassen, als sie betreten. Ich habe eigentlich vor 40 Jahren angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, inspiriert und durch die Studien vom Club of Rome und den Prognosen, das ist ja eigentlich das, was wir heute erleben, ist ja seit über 30 Jahren eigentlich angekündigt. Und ja, mittlerweile sind wir am Punkt angelangt, wo es mehr als 5.12 Uhr ist und wir einfach handeln müssen. Ja, also im Moment ist ja so der Trend zu sagen, wir machen jetzt alles mit Photovoltaik und Elektrik und wir müssen nur die Dächer alle vollknallen mit Solarenergieanlagen, mit Photovoltaikanlagen und damit kriegen wir unsere Energiewende gewuppt. Und das wird so nicht funktionieren, weil wir haben halt eben den Bedarf zum überwiegenden Teil im Winter und da scheint die Sonne halt eben nicht immer. Viele sagen ja, okay, da laufen wir aber in eine ganz böse Falle, weil die Energie, die wir im Winter benötigen, die kann ich im Sommer ja nicht speichern. Batteriespeicher, solche Speicherkapazitäten, ich kann mir den Batteriespeicher von morgens bis abends speichern, aber nicht vom Sommer in den Winter. Und das führt halt eben, und wir merken es momentan ja wirklich auch an den Energiepreisen, dass wir differenzieren müssen zwischen Preisen für die Erzeugung und den Preisen für die Speicherung. Ich kann im Photovoltaik heute mit 3 Cent die Kilowattstunde Strom produzieren, wenn die Sonne scheint, aber wenn ich die Energie dann im Winter brauche, dann kostet es mich mittlerweile 50 oder sogar 70 Cent. Wenn ich heute den Stromvertrag abschließe, muss ich 70 Cent die Kilowattstunde bezahlen. Und diese Schere, die wird immer weiter aufgehen und deshalb brauchen wir da andere Strukturen. Und das, was momentan passiert, ist aber genau das Gegenteil von dem. Wir machen immer mehr Elektrik. Wärme ist viel einfacher zu speichern als Strom. Und wenn ich da jetzt intelligente Konzepte mache, kann ich mir deutlich höhere Resilienz, also Unabhängigkeit und Freiheit verschaffen, als wenn ich mich jetzt auf Strom fokussiere. Energie ist nicht gleich Energie. Also physikalisch gibt es auch eine Unterscheidung, die Exergie und die Energie. Energie, die geordnet ist, also Strom, die kann ich in alles umwandeln, Wärme nicht. Dass ich also die Wertigkeit der Energie stärker in Betracht ziehen muss. Und das bedeutet bei der Planung nicht nur die Energiemenge, sondern das Temperaturniveau der Energie halt eben auch zu berücksichtigen. Und wir bauen heute unsere Heizungsanlagen immer noch so wie vor 200 Jahren. Und jetzt haben wir aber Solarenergie, wir haben Wärmepumpen, Niedrigtemperatur, Wärmequellen. Und da muss ich einfach anders denken und anders planen. Also wir haben zahlreiche Anlagen mit unserer Planungsphilosophie, ich nenne sie exergetisch optimierte Anlagenplanung, bereits umgesetzt. Und ja, wir haben eine Klimaschutzsiedlung realisiert in Ippenbüren, die halt zu über 80 Prozent direkt über die Sonne mit Energie versorgt wird. Wir haben einige Anlagen, die wir jetzt auch gut vermessen haben. Zum Beispiel, das ist ein Einfamilienhaus, was wir halt eben ausgestattet haben mit einer Solarthermieanlage, einer Wärmepumpe und einem Niedertemperaturspeicher. Da haben wir für jede Kilowattstunde, die wir in das Gebäude reinstecken, ungefähr sechs Kilowattstunden an Nutzwärme. Ja, durch den Einsatz von thermischer Solarenergie für die Wärmebereitstellung habe ich natürlich deutlich flächeneffizienter die Möglichkeit, Solarenergie zu nutzen. Weil wir sind mittlerweile ja auch an einem Punkt, wo die Dächer dann auch begrenzt sind. Und wenn das Dach einmal voll ist mit Photovoltaik, dann habe ich keine Fläche mehr für die Solarthermie. Deshalb ist mir ganz wichtig, dass wir beides haben. Die Thermie für die Wärmeerzeugung, die ich gut speichern kann, wo ich auch saisonal speichern kann. In Ippenbüren nutzen wir zum Beispiel die Sonnenenergie im Sommer, indem das, was wir unter dem Gebäude speichern, auch für den Winter mit. Und dadurch, dass wir so große Speichermassen haben, haben wir natürlich auch viel Regelenergie und Möglichkeit, auch das Ganze wirtschaftlich zu betreiben. Weil wenn der Strom teuer ist, dann heizt sich mal ein paar Tage nicht, weil es ist ja alles warm. Ich habe die großen Speicher und wenn der Strom dann wieder billiger ist, weil zum Beispiel jetzt die Windkraft irgendwie, wir haben Strom oder wir haben ganz viel Windkraft und der Strom wird verschenkt. Oder es gibt negative Strompreise, auch das gibt es. Dann habe ich die Möglichkeit, diese Überschüsse zu nutzen und in das Gebäude auch mit einzuspeichern. Und auf die Art und Weise kriege ich dann halt eben Gesamtsysteme, die sehr resilient und zu einer großen Unabhängigkeit führen. Deshalb bin ich auch mittlerweile mit Firmen unterwegs und im Rahmen Forschung und Entwicklung, um die Produkte zu entwickeln, die wir genau dafür brauchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.